herzlich willkommen heute abend setze dich bequem hin suche dir einen angenehmen platz in einem raum und lege beide hände vor deinem herzen zusammen schließe deine augen lausche deinem atem mit kraftvollen wurzeln zu mehr lebenskraft wie geliebt es bäumen bei jedem wetter ganz aufrecht ganz stabil und ganz ruhig zu bleiben das wurzelwerk eines baumes ist in seiner ausdehnung ähnlich groß wie das eine baum krone selbst stelle dir einmal einen baum vor stelle dir diese baum krone vor wie weit und wie groß sie ist und genauso groß und weit können die wurzeln des baumes sein über die wurzeln ist jeder baum tief mit der erde verbunden und saugt seine lebensenergie aus der erde auf diese art und weise eine ganz natürliche art und weise bekommt er stabilität kraft und sicherheit und so ein baum wenn es so stabil und sicher steht kann allen stürmen gewachsen sein ja öffne wieder deine augen herzlich willkommen zur heutigen stunde mit mir ich heiße aurelia überschuss bin in nürtingen nürtingen liegt bei stuttgart ist ein kleines städtchen ja und wie ihr euch denken könnt ich beschäftige mich mit yoga bin yogalerin liebe klang liebe die natur liebe bäume und deshalb ja wir sind mitten in meinem wald den ich seit letztem jahr habe und das war so passend denn auch letztes jahr hat online yoga angefangen und ich habe diesen raum bei mir zu hause genutzt um meine yogis immer in den wald mit einzuladen und deshalb kam mir die idee die stunde so zu gestalten dass man die wurzeln der bäume auf unsere eigenen wurzeln übertragen kann ja wir menschen können ganz viel von bäumen lernen die bäume zeigen uns wie kraftvoll und schön wir sein können wenn wir uns darauf einlassen tiefe wurzeln in die erde zu schlagen ja und wie schaut es in deinem leben aus wie sehen deine wurzeln aus was gibt dir halt und sicherheit in deinem leben wenn du magst kannst du gerne am ende der stunde im chat hinterlassen was dich eben was dir eben halt gibt das können ganz verschiedene dinge sein das muss nicht eine haltung aus dem yoga sein und deshalb ist es vielleicht ganz interessant wenn wir das miteinander noch teilen was jeden einzelnen von uns halt gibt ja und gut geerdet zu sein bedeutet auch geborgenheit stabilität und sicherheit und das möchte ich dir durch diese stunde vermitteln und schenken ich wechsle meinen platz komm in eine ganz bequeme haltung wo du jetzt deine beine deine füße und mit den fußgelenken kreisen kannst die füße strecken und denen und gerne auch mal die zehen weit auseinander fächern und wieder zusammen bringen weit auseinander und zusammen dann bewege deine hände die stunde heute ist handfrei du brauchst deine handgelenke überhaupt nicht heute und kannst sie schonen und kannst ihnen einfach eine pause gönnen strecken beugen kreisen in beide richtungen kreisen und ausschütteln dann gehen wir hoch in die wirbelsäule kreisen mit deinem oberkörper ganz locker es gibt keine regel wie es jetzt aussieht wie weit wie tief wie intensiv bestimme du selbst wie du dich bewegen möchtest wechsel auch hier die richtung komm zu mitte und bewege jetzt deine schultern auch hier die richtung wechseln die schultern hoch ziehen und fallen lassen hoch und fallen lassen hoch fallen lassen die schulterblätter hinten zusammen die arme nach vorne die schulterblätter ganz weit auseinander und auch hier dreimal wechseln ich wärme gerne meinen körper vor einer yogastunde auf und zwar alle strukturen gelenke bänder sehnen gut lege jetzt beide hände um deinen nacken und kreise hier einmal mit dem kopf und halte deinen kopf beziehungsweise mit den händen im nacken deinen nacken und deinen kopf etwas dabei fest ich mag dieses gefühl es ist so angenehm du kannst ja auch gerne mit den fingern eine kleine massage im nacken schenken die bewegung wechseln alle richtung und den kopf auch mal fallen lassen und sanft nach oben bringen und auch jetzt hier aus der mitte heraus am nacken entlang bis nach unten zum hals die arme wieder fallen lassen die hände auf die oberschenkel jetzt strecke dein rechtes bein als erstes aus und massiere deine fußsohle wie du das machst überlasse ich dir du kannst mit beiden händen mit den daumen in die fußsohle hineindrücken daumendruck du kannst mit dem handballen massieren du kannst vorne am fußrücken dehnen auseinander ziehen gerne auch die ferse mit den daumen bearbeiten die füße werden uns heute tragen und deshalb brauchen sie auch viel aufmerksamkeit viel zuwendung jetzt am anfang wechseln wechseln dann fuß gerne auch den fußrücken bearbeiten vielleicht auch alle 10 die ferse wechseln beende langsam und suche dir jetzt eine ganz stabile sitzhaltung ich überlasse es dir ob du ein kissen nimmst oder ob du die verbindung über die sitzbeinhöcker über die matte über dein boden bis zur erde besser wahrnehmen möchtest spüren möchtest wenn du aber so nicht bequem sitzen kannst wenn es dir schwierigkeiten bereitet dann nutze lieber das kissen und das kissen ist nur eine kleine schicht die ja zwischen den sitzbeinhöckern und der matte ist ja ich lade dich zu einer anfangs meditation ein du zur verwurzelung von deinem körper suche die wurzeln schlage sie tief in den boden um sie später für die stunde für die asana praxis zu wahrzunehmen und so schließe deine augen und lasse deinen atem ganz natürlich fließen ganz frei der atem kommt der atem geht gehe nun mit deiner aufmerksamkeit in dein beckenbereich nehme hier besonders deine sitzbeinhöcker wahr belagere das gewicht von rechts nach links und pendel dich wieder in der mitte ein nehme jetzt deine beine wahr die unterschenkel die oberschenkel sie bilden die stabile basis deiner sitzhaltung und nimm hier die kontaktpunkte deines körpers zu erde wahr die erde trägt dich sie gibt dir ein sicheres gefühl richte dabei deinen ganzen körper aufrecht aus lass die wirbelsäule nach oben wachsen öffne deinen brustkorb mach dich ganz weit atme ein und schicke den atem nach oben bis zum kopfkronen und wachse dort zum himmel empor stell dir vor wie durch deine beine und dein becken wurzeln ganz tief in die erde hinein sie breiten sich aus zu allen seiten die wurzeln geben dir kraft und stabilität spüre wie du durch diese verbindung die energie der erde in dich aufnimmst mit jedem einatmen fließt über deine wurzeln lebenskraft in deinen körper eine wohlige wärme strömt in dich ein eine wohlige wärme strömt in dich ein einatmen 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 der einatmen und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Über die du dich mit der Erde verwurzelst und verbindest Spür die Stabilität Spür die Kraft Mit Tiefe nun deinen Atem Komme in eine sanfte Bewegung und öffne langsam deine Augen Ja, wir werden jetzt zum Stand kommen als nächstes Und bevor wir zum Stand kommen, möchte ich vier Punkte ansprechen, die ganz wichtig bei Standhaltungen Somit auch sehr oft Balancehaltungen sehr wichtig sind Zum einen ist es deine Konzentration Du kannst deinen Blick entweder bei Standhaltungen auf einen Gegenstand in deinem Raum ausrichten Oder auch auf den Punkt zwischen den Augenbrauen ausrichten Dann sind es zwei Banders, die uns helfen, gut aufgerichtet zu stehen Zum einen ist es das Mulat Anabandha Der Wurzelverschluss Und zwar ziehst du hier deine Beckenbodenmuskulatur nach innen Sowohl bei Frauen wie bei Männern Die gleiche Wirkung Und Udhyana Bandha Der Verschluss in der Bauchgegend Bedeutet, wenn du in einer Haltung bist Versuche deine Bauchmitte, deine Körpermitte eng zu machen, fest zu machen Bauch ein bisschen nach innen ziehen Bauchnabel gedanklich Richtung Wirbelsäule zu ziehen Mulabandha Beckenbodenmuskulatur nach oben ziehen Bauchmuskulatur nach innen Bauchnabel zur Wirbelsäule Und so bekommst du ganz starke Aufrichtung Ja und dann ist noch deine innere Ausrichtung auch sehr wichtig Die Qualität deiner Gedanken Denn die Gedanken, deine Gedanken, deine Lebenseinstellung Bestimmt oft wie du aufgestellt bist Gut und über die Füße sprechen wir gleich wie die ausgestellt sind, aufgerichtet sind Wenn wir jetzt in den Stand kommen Mach deine Matte frei Für die Standhaltung ist es ganz wichtig zu wissen, dass die Fußsohle verschiedene Auflagepunkte hat Auf der Matte und für uns ist es wichtig den Großzehenballen zu nutzen, den Kleinzehenballen und die Ferse diese drei Punkte oder auch die Außenkante hier an der Ferse Aber merken kannst du dir die drei Punkte, wenn du sie, wenn du am besten die Zehen weit auseinanderpächerst und sie dann wieder zur Matte zurückbringst und jetzt den Großzehenballen fest zur Matte, Kleinzehenballen fest in die Matte und die Ferse vielleicht noch die Außenkante fest zur Matte bringst, dann entsteht ein kleines Gewölbe In der Fußsohle und du wirst sehen, durch diese Haltung lass sie auch mal wieder los und komm wieder hinein, kannst du einen wunderbaren Stand bekommen, einen sicheren Stand Probiert es ruhig ein paar mal aus Ich sehe euch alle nicht und ich weiß nicht, ob ihr Socken an habt Ich empfehle grundsätzlich Yoga freifüßig zu machen ohne Socken, aber gerade speziell heute, da wir ja wenig auf der Matte liegend bleiben werden, sondern fast die ganze Zeit im Stand bleiben, ist es wichtig freie Füße zu haben Zum einen um einen besseren Griff zu bekommen und zum anderen kannst du durch die Füße dann besser überhaupt alles wahrnehmen Man sagt ja auch barfuß sich durch die Wohnung bewegen oder barfuß im Sommer durch das Gras zu laufen Die Sinne werden geweckt Gut Komme an den Anfang deiner Matte Die Beine sind leicht geöffnet Die Füße sind parallel zueinander Heb gerne nochmal die Füße ab Breite die Zehen weit auseinander Und komm dann mit den Fersen gut an Die Knie sind leicht gebeugt Durchlässig, das ist wirklich so ein ganz sanftes, leichtes Beugen Dein Becken kippt nach hinten Steißbein tendenziell nach unten Und Schambein tendenziell nach oben Auch hier gerne ausprobieren Komm aus dem Hohlkreuz heraus Möglichst, also eine natürliche Krümmung ist natürlich in Ordnung Dein Rücken ist gerade, deine Wirbelsäule richtet sich nach oben auf Und dein Brustraum öffnet sich Deine Schulterblätter streben sanft zueinander Aber ohne Anspannung Gerne die Anspannung hier loslassen Und die Schulterblätter rutschen sozusagen etwas nach unten ab Die Schultern locker Der Nacken lang Und der Kopf in der Mitte Suche deine eigene Mitte Bewege den Kopf erstmal ganz flexibel in alle Richtungen Nach rechts, links, vorne, hinten, kreisen Und finde anschließend in deine Mitte zurück Und jetzt gibt es ein Punkt am Kopf Die Krone Auch die Krone deines Kopfes oder Baumkrone Und die zieht nach oben Richtung Himmel Erlaube dir in den Beinen jetzt loszulassen Erlaube dir in den Knien, in den Kniekehlen ganz durchlässig zu sein Im Brustraum aufgerichtet Im Nacken lang Und in der Wirbelsäule im Körper nach oben strebend Zum Himmel Tadasana Die erste Haltung Die Berghaltung Assoziiere einen Berg Und stell dir vor, wie fest ein Berg ist Wie gut er verwurzelt ist, aufgestellt ist Und so fest und stabil ist jetzt auch dein Körper Genieße diese Haltung Und wenn du magst, kannst du jetzt langsam Über deine Fußsohlen gut verwurzelt Dich nach rechts und links bewegen Über die Außen- und Innenkanten Die ganze Fußsohle wahrnehmen Und nach vorne und hinten Über Fußballen und Fersen Jetzt Kreise Mach kleine Kreise zunächst Über die ganze Fußsohle Und dann wechseln Die Richtung Und jetzt nimm noch deinen Oberkörper dazu Und stell dir vor Dein Körper ist wie ein Grashalm Im Wind Und die Füße sind die Wurzeln, die dich festhalten Hier kannst du die Augen, wenn es für dich möglich ist, geschlossen lassen Oder auch wieder einen festen Punkt suchen Und dich an ihm festhalten Ich denke, dass du jetzt ganz genau gespürt hast Was ist Stabilität, was vermittelt mir die Sicherheit Was muss ich tun Welche Hilfspunkte Odhjana-Banda und auch Mula-Banda Die zwei Verschlüssel du benutzen kannst, um dich festzuhalten Komm wieder ganz in die Mitte zurück Öffne die Augen Atme ein Nimm die Arme ganz weit nach oben Und ausatmend Lass die Arme nach unten absenken Und dreh dich zur linken Seite Einatmen Komm zur Mitte zurück Ausatmend Lass die Arme wieder nach unten absenken Dreh dich zur rechten Seite Bein zur Mitte Und Achtung Beine etwas beugen Aus In die Vorbeuge In der Vorbeuge Ein paar Atemzüge verweilen Gerne die Beine etwas gebeugt lassen Oberkörper fallen lassen Kopf fallen lassen Und von hier aus Rückenschonend wieder nach oben zurückkehren Entweder Arme über die Seite Und die Wirbelsäule aufrollen Oder Arme über vorne Und Rücken lang Oben angekommen Kannst du wieder einmal tief einatmen Und ausatmen Noch einmal Arme fallen lassen Und zur linken Seite drehen Einatmen Einatmen hoch Aus Zur rechten Seite Einatmen hoch Und von hier aus noch einmal in die Vorbeuge Einatmen Einatmen Tauchen wieder auf Ausatmen Bring die Hände Aus Herz Einatmen Hebe die Arme hoch Achtung Gewicht verlagern auf linke Fußsohle Ausatmen Rechtes Bein Nach oben Einatmen Oberkörper nach vorne etwas Rechtes Bein Weit nach hinten Fußsohle aufsetzen Auf dem Fußbein Und hier verweilen Krieger 1 Position Wenn du etwas mehr Platz zwischen den Beinen brauchst Kannst du jetzt gerne entweder die hintere oder vordere Fußsohle etwas beschieben Und es geht gar nicht so um die Perfektion, um die Schönheit in der Haltung Sondern um deine Verwurzelung Spür die linke Fußsohle vorne ganz aufgelegt auf deine Matte Spür den Fußbein der rechten Fußsohle hinten Deine Beine sind stark Gib dir Kraft, um diese Haltung zu verweilen Und die Arme gehen nach oben Auch hier darfst du die Schultern nach unten fallen lassen Auch gerne ein bisschen die Arme beugen Oder auch ganz gesteckt halten Suche dir deine perfekte Haltung Für dich passend Beginnen wir wieder gemeinsam Atme hier ein Und ausatmend Dreh deinen Körper nach links Lass die Arme wieder bis auf Schulterhöhe fallen Ein zur Mitte Und aus Dreh nach rechts Ein zur Mitte Aus Hände vors Herz Ein Und ausatmend Nach links drehen Der rechte Ellbogen darf auf den linken Oberschenkel Der linke Ellbogen zieht Richtung Himmel Das rechte Bein ist gestreckt Spür auch hier deine Auflagepunkte Auf der Matte Deine linke Fußsohle Den rechten Fußballen Achtung Einatmend Komme Zu Mitte zurück Und ausatmend Und ausatmend zieh dein rechtes Bein nach vorne Für einen Moment Augen schließen Nachspüren Nachspüren Beinseiten Fußseiten vergleichen Achtung Und ausatmend Achtung Achtung Atme ein Wieder hier Halt suchen Stabilität suchen Die den Beinabstand Vielleicht jetzt noch etwas vergrößern Oder verkleinern Suche dir deinen perfekten Stand für dich Komme an Im Krieger 1 Held oder Heldin 1 Spiel auch hier mal mit den Armen Die Arme dürfen unterschiedlich ausgerichtet sein Nach oben Nach vorne Nach hinten Mit jeder Veränderung bewirkst du eine andere Wirkung Im Oberkörper In den Schultern Gut Atme ein Und ausatmen Lass die Arme auch Schulterhöhe absenken Dreh dich nach rechts Einatmen Mitte Ausatmen Links Einatmen Mitte Ausatmen Hände vors Herz Hier einatmen Und ausatmen Nach rechts drehen Den Oberschenkel Den Erbogen auf den rechten Oberschenkel Und den linken Den rechten Ellbogen Ganz weit nach oben Richtung Himmel Richtung Decke ausrichten Spür auch hier die Stabilität In der rechten Fußsohle Im linken Fußballen Komme einatmend in die Mitte Und ausatmend Linke Beine nach vorne In die Standhaltung Arme absenken Nachspüren Spür die Verwurzelung Jetzt in den Füßen Die ganze Fußsohle Gut Atme ein Nimm die Arme über die Seite Nach oben Atme aus Rechtes Bein hoch Atme ein Bein nach hinten Die ganze Fußsohle Auflegen Schräg nach vorne Ausrichten Und die Arme Über die Seite Fallen lassen In Krieger 2 Kommen Die linke Fußsohle Ist gut verwurzelt Die rechte Ebenfalls Die ganze Fußsohle Und gerne hier den Schwerpunkt So auf die Außenkante Belegen Dein linkes Bein Ganz gerade nach vorne Ausrichten Und gerne auch hier Das Knie Etwas nach außen Bringen Oder eben geradeaus Vor Die Arme bleiben Auf Schulterhöhe Und hier Einmal mit den Armen Auch wieder Kreisen Ganz flexibel Spüren Wo ist Die angenehme Ausrichtung Für mich Wo führe ich mich Gut Und hier kurz bleiben Krieger 2 Überhaupt Alle Krieger Sind Der Ausdruck Von Stabilität Und Kraft Spüre auch einmal Die Stabilität Zwischen den beiden Fußsohlen Und die Kraft In deinem Körper Lege nun den linken Unterarm Auf den Oberschenkel Nimm den rechten Arm Nach oben Und Kreise Mit dem rechten Arm Nach vorne Über unten Wieder nach oben Große Weite Kreise Kreise In die andere Richtung Komm mit dem Arm Wieder zurück Zur Mitte Der Arm Strebt nach oben Richtung Himmel Beandert dich Über die Fußsohle Über die rechte Die Außenkante Fest in der Matte Und zieh den Arm Lang nach unten Komm wieder langsam Nach oben Nimm den linken Arm Über oben Nach hinten Der rechte Arm Wandert zum Oberschenkel Der friedvolle Krieger Die friedvolle Heldin Und zurück Krieger 2 Beine Beine strecken Die Füße nach außen ausrichten Arme wieder hoch Einatmen Beine beugen Hände zueinander Ausatmen Hände vors Herz Ein Aus Hände vors Herz Ein Und aus Hände vors Herz Und bleiben Über beide Fußsohlen Fest verwurzeln Atme ein Komm wieder nach oben Bringe dein rechtes Bein nach vorne Und senke die Arme ab Auch hier wieder Kurz die Beine lockern Die Fußsohlen Die Fußsohlen Etwas lockern Ausgangshaltung Tadasana Berghaltung Und jetzt geht es mit der linken Seite weiter Einatmen Arme nach oben Aus Linkes Bein Nach oben Ein Linkes Bein Nach hinten Und hier die Fußsohle wieder fest auf den Boden auflegen Und nach innen kippen Nach innen ausrichten Rechtes Bein beugen Die Arme über die Seite Auf Schulterhöhe bringen Krieger Zwei Hält den Zwei Ganz Stabil stehen Ganz sicher In dieser ganz klassischen Position Und hier vielleicht nochmal die Arme überprüfen Die Schultern vor allem Oft wollen wir die Schultern nicht so wie wir wollen Richte mal den Blick Über den rechten Arm Nach vorne aus Und fühl dich Stark Kraftvoll Und schön Wie eine Kriegerin Wie ein Krieger Bring jetzt den rechten Unterarm Auf den rechten Oberschenkel Nimm den linken Arm nach oben Und Kreise zunächst Nach vorne Große Kreise Und die Kreise jetzt In die andere Richtung gestalten Den Arm oben lassen Nochmal beide Fußsohlen fest In die Matte Die Außenkante der linken Fußsohle vor allem Und den linken Arm Nach unten absenken In die Streckung In die Dehnung In die Länge Und gleichzeitig Stabilität Komm wieder langsam nach oben Krieger zwei Und nimm den rechten Arm Nach oben und hinten Und den linken zum linken Oberschenkel Beuge gerne das rechte Bein Ein bisschen weiter nach unten Komm zurück Und strecke hier beide Beine wieder aus Lass gerne die Arme einmal nach unten fallen Kreise mit den Schultern Und jetzt ganz wichtig Die Füße nach außen stellen Über die Seite Arme nach oben bringen Einatmen Ausatmend Beine beugen Hände vors Herz Ein Und aus Ein Aus Ein letztes Mal Ausatmen Und bleiben Komm hoch Und bring dein linkes Bein Zurück nach vorne Spüre nach Was machen die Standhaltungen mit dir Welche Aufrichtung geben sie dir Welche Sicherheit Welche Stabilität Vielleicht aber auch Unsicherheit Vielleicht ist Balance Wir sind nicht jeden Tag gleich Und manchmal haben wir mehr Balance Mehr Stabilität in uns Und manchmal brauchen wir wieder mehr davon Gut Die nächste Haltung Ist auch eine ganz klassische Haltung Aus der Wo die Stabilität gefördert wird Und auch die Balance Die Stuhlhaltung Beine sind leicht geöffnet Nimm die Arme über die Seite nach oben Lass die Schultern locker Und beuge jetzt die Beine Bringe dein Gesäß nach unten Richtung Matte Dein Oberkörper geht leicht Gebeugt nach vorne Die Arme sind entweder Auf der Höhe deines Kopfes Die Oberarme Wenn die das zu viel ist Kannst du die Arme etwas absinken Oder auch etwas mehr zur Seite nehmen Komm hier aus Es geht um Standfestigkeit Um Kraft für die Beine Stabilität in den Füßen Deswegen erlaube dir die Arme Und die Schultern entspannt zu lassen Versuch hier aus dem Hohlkreuz heraus zu kommen Falls du dort bist Den unteren Rücken eher etwas nach außen bringen Und wieder zum Stand kommen Beine nach oben Arme absenken Beine entspannen Nächste Haltung Der halbe Stuhl Für den halben Stuhl Bringe die linke Fußsohle Zum rechten Oberschenkel Die Außenkante Unterhalb vom rechten Knie Komme hier erstmal in die Balance In deiner Mitte Wenn du Unterstützung brauchst Einen Stuhl Oder eine Wand Dann nehme sie dir Und arbeite mit Unterstützung Ansonsten nehme hier die Arme Wieder über die Seite nach oben Und beuge nun das rechte Bein Und senke dein Gesäß Richtung Matte ab Versuche auch hier wieder Standfestigkeit zu finden Stabilität Durchhaltevermögen Und du kannst dich herausfordern Indem du tiefer nach unten gehst Und du kannst natürlich auch nach oben gehen Kurze Pause machen Und wieder zurück Oder auch jederzeit beenden Und warten Komm hoch Oben angekommen Langsam die Arme absenken Bein lösen Und wieder ausschütteln Und wieder ausschütteln Andere Seite Standbein ist jetzt Linkes Bein Rechte Fußsohle Die Außenkante Zum Oberschenkel Und Bring jetzt hier wieder Mula Banda Wurzelverschluss Nach oben Beckenbodenmuskulatur ziehen Udianna Banda Bauch Gegend Festigen Und Deine Gedanken Vielleicht auf ein Objekt wieder ausrichten Und anschließend Ganz langsam In den halben Stuhl kommen Wie gesagt Falls dir Balancen Schwierigkeiten machen Gerne jetzt auch Ein Gegenstand Nutzen An dem du dir Halt suchen kannst Tiefer gehen Höher gehen Pause machen Hör auf deinen Körper Und Komme langsam Wieder nach oben Zurück Komme wieder Wieder an den Anfang Deine Matte Vielleicht magst du auch mal die Beine abklopfen Ich spüre meine Beine schon Jetzt Aus der Standhaltung heraus Wieder einatmend Arme nach oben Ausatmen Linkes Bein hoch Einatmen Großen Schritt nach hinten Und Zur Seite drehen Noch einmal Die Füße nach außen bringen Und in dieser Haltung Möchte ich dir die Adlerarme Zeigen Wenn wir nach und nach unten gehen Mit den Beinen Werden unsere Arme Sich miteinander verknoten Und zwar gehen die Arme Übereinander Wir fangen dann alle gleich mit dem Rechten Nach unten an Der Rechte geht hoch Und die Hände kommen aufeinander Genau Und diese Haltung werden wir auch ausführen Nach rechts und links Nach oben und unten So auflösen Und nach oben machen wir es von der anderen Seite Gut Stabilität über die Fußsohlen Fest in die Erde hineinwachsen lassen Die Wurzeln Einatmen Arme hoch Ausatmen Arme nach unten Vorne fallen lassen Den rechten Arm Nach links Und den linken drüber Den rechten aufstellen Und den linken dazu Entweder du schaffst es Beide Hände so aufeinander zu bringen Wenn nicht Kannst du auch Die Handrücken zueinander bringen Einatmen Zieh die Erlbogen hoch Bewurzle dich über die Fußsohlen Ausatmen Beuge die Beine Sinke tief Einatmen Dreh dich zur rechten Seite Ausmitte Ein links Ausmitte Einatmen Zieh wieder nach oben Löse langsam auf Und bring die Arme über die Seite nach oben Lass die Arme jetzt nach unten In die Hüften Die Hände in die Hüften kommen Die Füße parallel zueinander ausrichten Atme ein Und ausatmend Schiebe dein Gesäß nach hinten Bringe deinen gestreckten Rücken nach vorne In die Tischhaltung Der Nacken ist lang Der Blick geht nach unten Erstmal in die Tischhaltung Beweilen Hier ist dein Oberkörper parallel zur Matte Die Beine sind gestreckt Löse die Hände von den Hüften Bringe die Hände nach vorne Stell sie auf Und lasse jetzt ganz langsam deinen Oberkörper In die Vorbeuge nach unten Absinken Auch den Kopf gänzlich fallen lassen Den Nacken lang machen Scheitel Richtung Erde ausrichten Und die Stirn zeigt Richtung Zwischen deine Beine Lass die Schultern ganz locker Lass die Beine gestreckt Und bringe, wenn du es schaffst Die Hände jetzt zu deinen Füßen Zu deinen Wurzeln Lass die Hände wieder zurück Zur Mitte Und richte dich langsam Wirbel für Wirbel Wieder auf In die halbe Vorbeuge Und auch in die Tischhaltung Breite hier die Arme wie Flügel Zur Seite aus Und jetzt Gib ganz viel Kraft in die Fußsohlen In die Beine Und komme mit geradem Rücken Nach oben Richte dich wieder auf Lass die Arme mal absinken Beuge die Beine Löse auch die Fußsohlen Für einen Moment Die Füße nach außen ausrichten Die Arme einatmend nach oben Hände zueinander Und ausatmend Komme in die Adlerarme Bring die Arme nach unten und vorne Und jetzt kommt der linke Arm Und jetzt kommt der linke Arm nach rechts Der rechte drüber Die Arme zusammen Und jetzt noch die Beine absinken Einatmend Komme zur rechten Seite Aus Zurück Ein Nach links Zurück Einatmend Zieh die Ellbogen hoch Komm nach oben Streck die Beine Ausatmend löse die Arme Lenk die Arme über die Seite zurück Die Füße wieder Parleh Und noch einmal die Tischhaltung Die Hände in die Hüften Einatmen Und ausatmend Beine gestreckt Gesäß nach hinten Um den Körper ganz gerade Ganz parallel Zu Matte Nacken lang Löse die Hände Bring sie zur Mitte Vor deinem Körper Stell sie auf Lass deinen Oberkörper In die Vorbeuge absinken Nacken lang Scheitel zu Erde Und wenn du magst Greife jetzt noch Mit den Händen Zu deinen Fußgelenken Oder zu deinen Fußrücken Spür die Stabilität Durch die Füße Zwischen den Beinen Die Hände kommen wieder Zurück zur Mitte Richte dich auf In die Halbe vorbeugen Oder auch Tischhaltung Wieder Bring die Arme zur Seite Breite sie wie Flügel aus Spür mal die Kraft Die Füße tragen dich Und einatmend Komme Mit geradem Rücken Nach oben Löse die Arme Und bring dein linkes Bein Nach vorne Wenn du magst Kannst du noch was trinken Die Beine sind jetzt Etwas mehr wie hüftbreit auseinander Die Füße zeigen nach außen Wir gehen in die Hocke Nach unten Bringe die Hände vors Herz Und beuge die Beine Mach die Hocke so Wie es für dich passend ist Manche können ganz eng die Füße lassen Manche müssen sie weiter auseinander bringen Beuge die Beine Bring dein Becken nach unten Und hier kannst du dich mit dem Ellbogen An die Innenseite der Oberschenkel stützen Und die Hände vor deinem Herz lassen Auch hier Stabilität Verwurzelung Kraft Dein Steißbein zieht Nach unten Richtung Matte Dein Brustkorb geht auf Zumindest in deinen Gedanken Auch wenn es dir körperlich nicht alles so gelingt Dann passe es in deinen Gedanken immer auch an Wenn du magst kannst du jetzt den Kopf nach unten absinken Und die Hände auf den Hinterkopf legen Vielleicht musst du dazu auch die Fußstellung wechseln In dieser Haltung In der Hocke Oder in dieser Sitzhaltung auch Findest du in ganz Asien Ganz viele Menschen Sitzend Ganz bequem Ganz entspannt Und gut verwurzelt Und so bringe wieder deinen Kopf zurück nach oben Löse die Hocke Und setze dich langsam hin Bring die Beine nach hinten Und komme in die Stellung des Kindes Auch eine ganz klassische Stellung In der du Obervertrauen entwickeln kannst Sicherheit Stabilität Für die Stellung des Kindes gibt es die Möglichkeit Die Beine etwas zu öffnen Oder auch eng Beine ranter zu lassen Entweder Im Fäusteturm Oder die Arme gestreckt Oder am Körper Such dir eine Halt und aus Und lasse dich jetzt hier nieder Es ist nicht mehr viel zu tun Ich vertraue die Kraft der Natur Und lasse mich von der Erde tragen Ich vertraue die Kraft der Natur Und lasse mich von der Erde tragen Ich vertraue die Kraft der Natur Und lasse mich von der Erde tragen Und lasse mich von der Erde tragen Und die Erde für wirbeln Oben angekommen Bringe die Beine nach vorne Strecke sie aus Und ziehe dein Gesäß nach hinten Damit du wieder wie zu Beginn der Stunde Deine Sitzbeinhöcker spüren kannst Beuge dein rechtes Bein Und bringe deine rechte Fußsohne nach links Der halbe Drehsitz Und über den Drehsitz kannst du dich genauso gut verwurzeln Über beide Sitzbeinhöcker Und über dein ganzes Bein Mit dem linken Arm Dein Knie, dein Oberschenkel umfassen Den rechten Arm nach oben bringen Und aus der Körpermitte heraus Und aus der Körpermitte heraus nach oben wachsen Mit der Ausatmung sanft nach rechts drehen Schultern entspannt lassen Den rechten Arm Die rechte Hand Hinter deinem Körper platzieren Der Kopf zieht nun sanft mit Genieße deine Aufrichtung Und genieße auch deine Flexibilität Deine Drehung Genieße deine Stabilität Aufrichtung Aufrichtung Und stabil Und gleichzeitig flexibel Und gleichzeitig flexibel Löse den rechten Arm wieder Und bringe ihn ganz langsam über die Mitte, über oben zurück Und hier aus wechsle die Beinhaltung Rechtes Bein ist gestreckt Linkes gebeugt Linke Fuß so wie nach rechts Und denk an deine Sitzbeinhöcker Ich finde es so toll, wenn man die spüren kann Die Punkte, auf denen man aufsitzt Nehme mit deinem rechten Arm Den linken Oberschenkel Den linken Oberschenkel, das Knie Wie auch immer, was für dich bequem ist In die Sicherheit Und für den linken Arm nach oben Sanft nach links zur Seite Und spüre auch hier wieder Deine Stabilität Deine Aufrichtung Und deine Flexibilität Und diese Eigenschaften kannst du dir direkt von allen Bäumen abschauen Denn ein Baum im Sturm bleibt immer aufrecht Er beugt sich zu allen Seiten, so wie der Wind kommt Aber er bleibt aufrecht Er ist flexibel Stabil Sicher Und ruht nach dem Sturm Wieder in seiner Mitte Langsam bringe den linken Arm über die Mitte zurück Und senke ihn ab Wenn du als Ausgleich dich noch etwas nach rechts hältst Wird es dir deine Wirbelsäule danken Komm zur Mitte Streck beide Beine aus Und lege dich bequem auf Vielleicht richte dir schon die Decke zur Seite für die Endentspannung Wir werden nicht mehr Also keine großen Bewegungen mehr machen Aber eine letzte Haltung gibt es jetzt in der Rückenlage Gut Richte dich ein Decke noch zur Seite bitte Und möglichst kein Kissen unter dem Kopf Freiheit an der Seite Die Ja Vielleicht schönste Haltung heute an diesem Abend mit mir Die Baumhaltung Die Baumhaltung Der Baum mit seinen tiefen Wurzeln Rücksch Asana Der Baum im Liegen Der Baum muss nicht unbedingt im Stehen ausgeführt werden Und so stelle dein rechtes Bein auf Und bringe die rechte Fußsohle zur Innenseite deines linken Oberschenkels Lasse das rechte Knie schön zur Seite fallen Wenn du hier Unterstützung brauchst unter dem Knie Lege dir ein Kissen oder ein bisschen Decken runter Das linke Bein bleibt gestreckt Das ist dein Standbein Über dieses Bein kannst du dich jetzt verwurzeln Die Arme wandern über die Seite ganz langsam nach oben Die Hände kommen zusammen Und jetzt beschränke die Finger ineinander Und bringe die Handrücken auf deine Krone Die Ellbogen liegen ganz weit vom Körper entfernt Entspannt auf dem Boden Wenn das für deine Schultern oder für deine Arme nicht möglich ist Dann lege die Arme wie so eine Kaktusarme zur Seite Oder in der Haltung wo du dich wohlfühlst Hier angekommen In der Baumhaltung Schließe deine Augen Und lasse wieder los Die Predigt eines Baumes Ich bin ein Baum Ich verbinde mich täglich mit meinen Wurzeln Ich rage in die Höhe Aus dem Inneren der Erde hole ich mir die Kraft zum Leben Ich atme mit meinen Blättern Ich strecke mich Ich dehne mich Ich weite mich Die Wurzeln verankern mich Ich ruhe in meinen Wurzeln Ich ruhe in meinen Wurzeln Viele bestaunen meinen Wuchst Ich ruhe in meinen Wurzeln Ich ruhe in meinen Wurzeln Und meine Höhe ist mein Alter langsam deine hände und bringe deine arme mit dem weiten bogen über die seite zum körper zurück ein rechtes bein wieder ein knie nach oben strecke dein rechtes bein aus und bringe jetzt nun dein linkes bein stell dein linkes bein auf bringt die linke brustsohle zum linken oberschenkel lass das linke knie zur seite fallen wenn du magst unterstütze dein linkes bein ein linkes knie mit einer decke ein küssen nehme die arme wieder über die seite nach oben verschränke die finger und die handflächen nach außen bringt die handrücken zu deiner krone bewurzle dich wieder über deine fußsohle in den ganzen körper festigkeit sicherheit halt stabilität wenn du einen baum anschaust und seine stille wahn ist wirst du selbst stehen der atem der bäume schenkt uns das leben bäume sind gedichte die erde an den himmel schreibt löse wieder die finger voneinander wenn ihr die arme über die seite im weiten bogen zurück zum körper und bringt dann wieder zurück kleinen moment hier ist jemand laut ok ich hoffe das klappt jetzt wieder ich hätte ich bitte in der end entspannung ein in der rückenlage gerne zugedeckt und so lasse wieder deinen atem ganz frei fließen wie zu beginn der stunde ganz natürlich und lasse mit der ausatmung alle anspannungen los alle anspannungen im körper alle anspannungen im geist gedanken komme bei dir an und spüre wie du leichter immer ruhiger und gelassener wirst schenke dir ein lächeln auf dein lippen und freue dich darüber dass du deinen körper spüren kannst in diesem moment schenke dir vor deinem inneren auge einen wunderschönen großen baum betrachte diesen baum in seiner umgebung stell dir seine größe vor dein stamm und die rinde stell dir die äste zweige und blätter vor und seine große krone schau dir deinen baum in ruhe an spüre die kraft wie der baum dir vermittelt fest verwurzelt in der erde die wurzeln tief verzweigt fühle die verbindung zur natur und schöpfe daraus kraft für dein leben und schöpfe daraus kraft für dein leben und schöpfe daraus kraft für dein leben Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vertiefe wieder deinen Atem, bewege sanft deinen Körper und nehme die Kraft der Natur mit in dein Leben. Finde immer wieder zu starken, kraftvollen Wurzeln. Ja, ich danke euch allen fürs Mitmachen. Ich wünsche euch noch viel Freude beim Online Yoga Festival und falls du Lust hast, dich mit mir zu vernetzen, ich bin auch allen sozialen Werken, zu Medien zu finden, Facebook, Instagram, Webseite. Wenn du magst, kannst du jetzt noch in der Stunde bleiben und dich mit mir unterhalten, austauschen. Ja, ich wünsche uns allen, dass wir bald auf jeden Fall wieder Live-Stunden miteinander erleben. Es ist schön, euch alle hier mitzuerleben, aber es wäre noch viel schöner, euch live zu sehen. Ich wünsche euch alles Gute. Namaste. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch alles Gute.